Ich steuere rapide auf die Niederlage zu. Hast Tislak zufrieden? Ein Hammerspringer. Die Stadt ist seit vielen Generationen unbelebt. Heute wagen sich nur die Tapfersten dorthin. Das ist enttäuschend, aber ich würde sie mir trotzdem gern mal ansehen. In dem Fall könnte ich euch eine Karte besorgen, die den leichtesten Weg hinein zeigt. Das klingt toll. Danke. Der leichteste Weg ist trotz allem voller Gefahren. Na klar ist er das. Außerdem ist er durch einen Chakbau versperrt. Ihr müsst ihn beseitigen, wenn ihr Ratanovus betreten wollt. Aber keine Bange. Wir Nuhock haben eine Lösung dafür. In jedem Sinn des Wortes. Seht ihr? Mutter Dschungel kennt eine Antwort auf jede Frage, die sich stellt. In diesem Fall ist die Antwort Alchemie. Ich kann die Lösung für euch herstellen, aber dafür brauche ich Chak-Enzym. Wenn ihr mir genügend bringt, bekommt ihr euren Schlüssel zur Stadt. Mache ich. Wo finde ich denn das Enzym? Das Enzym könnt ihr von den Chak selbst ernten. Das ist sicher die raschere Möglichkeit, sofern ihr mit unserer Art zu jagen vertraut seid. Ihr könntet im Dorf auch andere Nuhock finden, die bereit wären, euch ihres zu geben. Alles klar. Danke, Tislak. Ja. Hallo. Anscheinend muss ich euch eine Lektion erteilen. Chak-Enzym, ne? Das ist doch schön. Ärgerlich. Rückkopplungsschleife gestartet. Da kommt schon her, ihr kleinen Wichte. So, mal gucken. Fünf von sieben, äh, fünf von sechs Chak-Enzym haben wir schon. Das. Endbelohnung. Das ist gar aber spät. Bin ich wahrscheinlich wieder im Event vorbeigelaufen, hab das versäumtlich mit aktiviert. Das ist immer schön, diese Chak-Fiolen. Das zeige ich euch dann mal bei Gelegenheit, wenn ich welche finde. Wo ich es einlösen kann. Die sind sehr, sehr wichtig sogar. Yo, was geht? Oh. Hä? Komm schon, du kleiner dicker Chak. Gib's mir. Belebend! Ah, interessant. Also, leider Gottes funktioniert gegen die Chak die Wand der Reflexion nicht. Das hab ich probiert. Das geht definitiv nicht. Ich werde eine Schützen heilen. Blablabla. Ich werde dich. Bis zum Beispiel. Das geht. Ich werde mal probiert. Das geht. Mann. Ich werde dich. Ich werde mich mit dir beschreiben. Ich werde dich wiederholfen. Ich werde dich. Ich block jeden Angriff. Komm ran. Hilfe. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ich verstehe nicht, warum die nicht rankommen. Ich meine, die können doch auch nahe Kampf. Das ist doch blödsinn, dass die jetzt hier nicht ran wollen. Meine, gibt so einen leckeren Happen, Asura. Komm her. Boah, jetzt bring mich halt schneller um. Das ist ja grauenvoll. Danke. Oh, nee. Ärgerlich. Stimmt, wir waren ja in keiner Quest, wo wir in unserem letzten Punkt hätten wieder respawnen können. Wir waren ja einfach so hier unterwegs. Das war knapp. Dekonu-Hochwache. Ich verstehe das nicht, wie man auf die Idee kommt, eine Karte zu entwickeln, die so abartig viele Verzweigungen hat. Aufwachen. Wir sind noch nicht fertig. Gemacht. Muss ich nicht verstehen. Okay, unsere Falle ist noch da. Ist schön, die lenkt die ab. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit Sound macht das Spiel manchmal super richtig Spaß. Irgendwas hängt hinten in meiner Falle drin und ich werde andauernd geheilt. Und soweit ich mich erinnere, ist hier auch nichts weiter gespielt gehabt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Heilung. Hier drüben. Und ihr dachtet, ich sei geschlagen. Rückkopplungsschleife gestartet. Ich fühle mich riesig. Einmal weiß, wie ist das eigentlich ganz einfach? Ja, aber es ist halt immer noch, um einstellen beschissen zu machen. Das wird euch zum Schweigen bringen. Düb-düb-düb-düb-düb-düb-düb-düb. Sie stachelt richtig an. Ich glaube wir sind in der Nähe von Rotanobus. Und, war es das Richtige? Ja. Nice, nice. So, wir sind jetzt hier direkt in der Nähe von Ratanobos. Übrigens, mit diesen Schack-Sachen macht ihr diese Kisten ja auf. Friedensstifte brauch ich. Nein, ich misch noch nicht rein. Denn, ja, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier an das Zeug. Ich suche nämlich nach einem, nennen wir es mal, Verkäufer. Ziel zerstört. Bestätigt. Wow. Ist ja echt abgefahren, mies. Ziel zerstört. Jetzt brauche ich definitiv nen Verkäufer. Und, wir sind in Ratanobos. Beachtliche Belohnung. Hier irgendwo gab's doch nen Händler. Den wissen noch so. Oh, hier oben. Das sieht aus wie nen Händler. Das wär sehr gut. Oh, wow. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Guckt mal nicht, dass ihr euch das jetzt hier mit reinziehen müsst, aber gehört auch mal dazu. Diese Blätterträger wollen uns wohl absichtlich umbringen. Insekteninvasion ab. Schön. Also hier gibt's keinen Händler. Tja, das heißt, wir haben jetzt hier mal eine etwas kürzere Folge. Und ich würde jetzt mal sagen, ich mache jetzt mal hier Schluss. Das ist halt wirklich, wir haben jetzt noch ein paar Minuten hin. Vielleicht können wir uns noch ein kleines bisschen Ratanobos dann angucken. Das ist äußerst bemerkenswert. Ich muss trotzdem hier das Zeug zerlegen. Anscheinend hat eines der Nebensysteme die Chuck draußen gehalten. Ich muss uns in der Verteidigungsmaßung... Starte Zerstörungsprotokoll. Bevor ich sie wieder einschalten kann. Willkommen bei der Zentralkontrolle von Ratanobos zum Fortfahren Genie-Identifikationsnummer eingeben. Keine... Gehalt durch eine andere Konsole und helft mir oder haltet mir diese Chuck von Leib. Auf jeden Fall misst ihr die Treppe hoch. Genie-Identifikationsnummer verweinert. Ach, wir müssen die beschädigten Daten ergänzen, egal mit was. Tagebucheintrag, Rezept für Raptoreintopf, irgendwas. Wenn wir diese verstümmelten Archive reparieren können, wird darauf keine Rechenleistung mehr verschwendet. Stattdessen wird dann mehr Energie für die Hauptfunktion aufgewendet. Was tut ihr, Mechanikerin? Tippt schneller und mit mehr Kraft. Diese alten Systeme reagieren auf mehr Druck. Tut mir leid. Ich kann das nicht tun lassen. Kommt das... Wo ist das? Anscheinend muss ich euch eine Lektion erteilen. Chuck Drohne. Loks. Also jeder... Ich glaub Mox hieß der. Im ersten Guild Wars. Zugriff auf Firewall-Steuerung. Firewall? Vielleicht blockiert die ja. Schauen wir einmal, was passiert, wenn ich dieses Programm umschalte. Vielen Dank. Feuerwand aktiviert. Beginne Initialisierung. Firewall, nicht Feuerwand! Wer hat das? Weiß nicht, wo Mox ist. Sildi. Sie ist derzeit im Konsolenraum und versucht sich Zugriff auf alle... Identifikation bestätigt. Willkommen zurück, hohe Ratsmitglied. Der Position von Agent... Wohl wahr, habt ihr das gehört? Ich bin das hohe Ratsmitglied von Rata Novus. Auch wenn ihr zahllose Blutrünstigen... Und wieder einmal hat die Synchro versagt. Einfach mal gucken, wo es hier jetzt nur wirklich ist. Ich muss hier doch wohl jetzt hier hinten rumgammeln, die Kleine. Wenn es ein R ist, dann bin ich verwundert. Ich habe eine Buchse zum Verteidigungshauptrechner geöffnet. Ich bin nahezu unbesiegbar. Nein. So, jetzt sind wir zumindest nicht mehr als Ziel markiert. Da ist es schön. Wir haben die anstehende Aufgabe erledigt. Im Namen deines Hohen Ratsmitglieds befehle ich dir zu stoppen. Äh, stopp bitte. Ich sagte stopp. Äh, anscheinend sind die neuen Protokolle bei diesem Golem wirkungslos. Er ist feindselig, tut etwas. Ein bisschen Hilfe. Nö, sehe ich gar nicht ein. Er wollte doch bloß spielen. Ich steuere rapide auf den Unteragenten. Kondone wird auf manuelles Überschreiben vorbereitet. Reparatur und Geschütztorprotokolle initiiert. So, was man 25 macht. Jetzt machen wir unser Anker auch richtig dick mit Damage. Nehmt das! Ich brauche Hilfe! Nach dieser Wachposten nicht klein zu kriegen. Und erst diese nervigen Geschütztürme zerstört! Ich bin zurück! Da muss nur noch ein bisschen Action herbein. Abprallay! Ich rufe die Kraft des Sturms herbei! Was ist das denn? Ach, da oben ist so ein Geschützturm! Kondone wird auf manuelles Überschreiben vorbereitet. Ich weiß, ich habe euch gefehlt. Kondone wird auf manuelles Überschreiben vorbereitet. Kondone wird auf manuelles Überschreiben vorbereitet. Das war's wohl. Das war's wohl. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Verteidigung der Stadt euch tötet, ist jetzt um 99,9% verringert. Solange das System nicht neu gestartet wird, sollte es keine Probleme mehr geben. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Jahrzehntealter Rechner abstürzt? Nein, Moment! Sag es mir lieber nicht! Korrekt! Das solltest du selbst wissen! Kristallines Vorratslager! Hurra! Hey, aufmachen! Das ist geil! 15 von diesen Chuck-Sachen hier! Ja, in den ersten, in diesen komischen kristallinen Lagern kann man richtig, richtig mit Zeugsammeln. Oh ja, klar. Ich glaub, die Leihlinienfunken waren auch sehr viel wert, eigentlich. Sinds Vorstellungsgeräte? Ah, Sinn! Oh! Ichuche uns das aufzuhören! Wenn das alles aufmachen... Oh nee. Wapplatt! 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 das kann man zerstören ja bitte zerstören das kann man zerstört der händler verkauft hier nichts verdammt zins tagebuch wo einmal täglich geht das nur na gut jetzt wissen wir aber dass das einmal täglich anfangen können uns einen erfolg zusammen basteln ich gucke jetzt noch was hier unten ist und dann werde ich sterben was ja ja ich bin der giftexperte des pakts es muss irgendein gift geben das bei den mordern wird möglich dass ich nicht überleben helden herausforderungen ach keine ahnung leute ich gucke jetzt mal was das hier warum die helden herausforderungen nicht funktioniert und würde sagen wenn es euch gefallen hat lasst eine positive bewertung da und bis zum nächsten part bis dann leute tschau tschau